Warte doch mal, ich nehm den da, ne, den, oder ich nehm den. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ringo 6 Siegel. Hallo, 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 hallo. Oh, alle da, alle schön. Alle tot, alle sind tot. Wir werden sowieso gleich sterben. Ich bin ein Bandit. Komm mal den, ob wir jetzt die Runde hier holen. Und ich bin ein Supersklave. Ach, ich hätte Kanka nehmen müssen. Na ja, egal. Gut, dass ich mich mit den Charakteren ganz ausgeliefert. Ich bin der Buter und ich mach, dass die scheiß Brunnen nicht an uns zu uns kommen. Genau. Du musst muten und dann die Türen verbarrikadieren, weil sonst können sie über die Mute rüberspringen. Mach was. Da ist ne scheiß Drohne. Die Tür ist versperrt. Ich treffe das scheiß Ding nicht, Alter. Mich? Da ist das scheiß Schossgerät hier, Alter. Hier, Reinforcen. Die Gegner haben den Mio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Was blieb denn da so? Ich verbarrikadiere die Tür. Das ist Anti-Fuse, Bro. Sogar ist durchgerannt. Ich muss Barrikade machen. Ey. Ich mach Barrikade. Ich auch. Warte mal. Ja. Fertig. Fechse. Alter, irgendwie leckt das bei mir gerade. Apropos lecken. Apropos lecken. Ich hab Hunger. Ja, toll. Oh, guck mal. Da oben können die kommen. Pass mal ein bisschen auf. Können mich hier nicht... Ich komm schon. Ich seh immer nur. Ich... Ich hab sehr viel Tür. Ich seh immer nur. Ja, war nur. Ich hör gar nicht. Das ist alles stumm bei mir. Achso, wie konnten die Drohne eigentlich hier rein, Mr Mute? Hä? 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 Da schießt was auf mich! Verdammte Scheiße! LOL! Ey, ich hasse diesen Glatz, Alter. Glas ist geil, warum hab ich den da noch nicht freigeschaltet? Der mich einfach trifft, Alter. Obwohl da Holz war und alles. Geh weg, geh weg, geh weg! Da schießt was! Oh, da ist Blitz! Da ist Blitz! Hey Debi! Läuft! Debi, bleib da, bleib da wo du bist! Da ist Fused, pass auf, da sind auch alle beide, da sind die letzten beiden. Sind das nur noch zwei? Ja. Debi, genau, bleib einfach so, bleib einfach so, bleib einfach so. Na, der andere nicht, geht zu Debi oder so. Hier ist Glas, hier sind sie, hier sind sie. Die Fusen durch die Wand. Jetzt ist die Kamera da. Okay, jetzt, jetzt kann ich die Kamera nix mehr machen. Ja, Debi, bleib so. Achtung! Achtung! Lipp dich, lipp dich! Debi, hinter euch kommen die. Er ist Scharfschütze, Achtung! Er ist das Scharfschütze, pass auf! Debi, renn und mach ihn kaputt! Nein! Debi! Ich hab ihn getroffen! Auch! Und er mich! Mach erstmal Glas kaputt, mach erstmal Glas kaputt! Der liegt da! Wo? Glas? In der Tür! Hinter dir, hinter dir! Ich bin tot! Leute, was macht ihr? Du bist so ungescheitert. Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Jetzt sind ja der Eingreifer. Aber war nicht schlecht, ist schon eine Runde. So, mal sehen. Was hab ich hier? Ja, gut, ich hab schlecht. Ich kann ja nicht schlecht von werden, aber... Nein, ich muss jetzt Montagne nehmen! Was für ein Ding? Montagne! Ich nehme meine Hammer! Weil irgendeiner hat hier Sledge genommen. Sebi hat Sledge genommen! Ja? Ja, warum? Wieso, warum? Ist geil! Nein! Soll dann Ding geil sein! Jogi nimmt wieder Rekrut. Also nicht. Hast du keinen Verteidiger, oder was? Das ist Bio-Befahrgutbehälter. Doch, ich habe Sledge und Montage. Du kannst aber kein Verteidiger zum Angriff benutzen, du Bachel! Also, hey, mein Angreifer ist! Alter, das leckt bei mir! Nein! Weil ich aber wollte, nach vorne und du wolltest rausgehen! Nein! Man kann ja nicht durch! Ui! Was ist denn das hier für der Scheiß? Ja, das ist cool! Wo sind die? Stunden! Ja, guck mal, aber hier kommt mein Rahmen! Aufpassen, da wo ich weggeholt! Der wo auch gerade hier ist, gerade fahrt! Oh, hier kommt dann wieder raus! Shit! Es geht los! Ich glaube, es geht los! Ihr habt den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden! Alles klar! Alles klar! Alter, der schlägt gerade bei mir! Wer schießt da? Ich bin hinter hier, gell? Ach, Kameras! Ich bin hinter uns! Da wird uns jemand laufen! Ich sehen Mike! Mike ist hinter uns! Jogi! Du hast Glück, dass ich geschillt hab! Verdammt die Scheiße! So, hier, ab hier wurde ich ja geholt. Runter, die Jungs! Runter, runter! Läuft mir hoch! Alter! Lass das Schild vor! Da ist ne Schrotflinte! Warte! Mike, nicht zielen! Renn einfach rein mit Schild! Drück die mittlere Maustaste! Jetzt geh rein! Geh rein! Geh rein! Ja, aber recht könnte da auch einer sein! Oh, Scheiße! Da ist ein... Da ist ein Fliebtro! Nicht reinrennen! Nicht reinrennen! Nicht reinrennen! Wir kommen langsam mit dir vor! Warte, bis das Gas weg ist! Warte, bis das Gas weg ist! Ja, der Sch... Also vorne ist einer... Warte, was ist das? ...hinter der Holztür ist einer... ...und rechts ist einer! Ne, da ist keiner bei der Holz... Holzding! Sicher! Weiter laufen, Achtung! Hier ist er! Hier ist er! Hier ist er! Ich seh'n aber nicht! Oh, lol! Wie konntest er mich machen? Durch die Wand! Leck da! Leck da! Leck da! Leck da! Nein, da ist doch einer hinter der Holzstür! Ah, Scheiße! Ich bin dort! Von hinten, oder? Nein! Von vorne! Ehhh... Du bist so einzig... Nee doch! Durch hinten! Weil ich hab das nicht... Wie kann ich? Wie kann ich schreiben? Wie kann ich schreiben? Er sagt nein von vorne, so ein Wurenbockmann 2 Ey, ich hab gesehen, wie die alle schießen auf mich, ich hab nicht gesehen, dass Schüsse so kommen von hinten, woher soll ich wissen? Ja, das sieht man in der Abschusscam aber auch, Digga Dazu sollte man sich die Abschusscam angucken Jogi? Wähl nen Operator aus Habit Blitzer Was? Hä, was macht er? Der, bin tot Zweifel Oh mein, das jetzt Hey Ja, der, der Typ hat in den Dingens geschrieben GG für euch, ich mach mein Team jetzt weg Wer hat ihn jetzt angeschossen, den anderen? Alter, nein Ja, der eine killt uns alle Deswegen hasse ich es mit Random zu spielen Setti, komm, schieß mich an Bis wir ins Gesicht Nein Alter, wir sind noch zu zweit, was willst du? Ich hab' ja locker Ja Wie kann ich schreiben? Der ist versperrt So, hier selber, ich nehme mal die Weste hier Hallo, wie kann ich schreiben? Keine Ahnung Keine Ahnung Achtung, Sebi Ihr habt doch die Kamera, oder nicht? Ja Mach Fotos Ja, ich sehe aber total Du kannst mit D die Kameras weghalten Ich weiß Alter Hier ist einer Hier ist einer Genau Das ist glaube ich Blitz Ich mach Fotos Oh, hier sind sie alle Ich hab denen einen Headshot gegeben Ach du Scheiße, Mann Ah, fuck Die Gegner sind da wie behälter Die Gegner sind da wie behälter Die Gegner sind da wie behälter Hast du diese Schleife, Alter? Debbie, du musst da hin Der ist da draußen rum Debbie, du musst da hin Die haben gleich gewonnen Die haben gleich gewonnen Geh, du musst in den Raum rein, Debbie Danke, da hast du mich voll abgelenkt Ich hab' voll mit konzentriert Ja, aber du musstest in den Raum rein Da ist deine beschissene Maul Ich weiß, was es tue Ich hab' den Tink weggeholt Mann Ach, Mann, ey, wegen dem Typen Wegen dem Typen haben wir jetzt verloren, ey Ja Ich hasste es mit Random zu spielen Ja, wenn er dann direkt vor der Nase der Spawns Das ist natürlich toll Aber man wird, glaube ich, bestraft wenn ein Teamkollegen, äh, tötet Das weiß ich nicht, weil er hat extra in Chat geschrieben GG für euch, ich mach' mein Team jetzt weg Was heißt GG? Ja, gut gespielt Gutes Spiel für euch, ich mach' mein Team jetzt weg Was für Aschloch Wettgekrieger, das war nicht, ne? Naja, äh, das war wieder mal eine Folge, die wir wieder mal verloren haben Wir fehlen einer von uns Ja, ich bin rausgegangen Ja So, ciao Ciao